Fälle. Wir sollten die Bonuspunkte, also wenn wir dadurch sehen, dass wir dort richtig viele, könnten wir sie benutzen, aber ansonsten, es ist, glaube ich, nicht lohnenswert. Na komm. Na, ordentlich hier gleich abgeräumt haben wir den ersten. Da kommt auch schon wieder hier dieses Runde-Fledder. Da muss man immer die Münzen auch im Auge behalten, falls man dort irgendwie was tauschen könnte gerade. Weil das ist definitiv immer lohnenswert und da ist man halt ein Bonuspunkt und ein Bonuspunkt, dann scheint Spiegel. Da oben machen wir frei. Da machen wir auch frei. Könnten wir noch nehmen, ich glaube, es ist sogar eine gute Taktik hier, auf Bonuspunkte zu gehen, das heißt wirklich so Münzen nah beieinander zu haben, dass man dann vielleicht extra die Bonuspunkte nur kriegt. Das ist zum Beispiel jetzt hier ganz doof gelaufen, da haben wir hier die Bonuspunkte, also die eine Münze schon komplett verloren, wenn man nicht wiederbekommen wird. Es sei denn, wir werden irgendwann mit einem anderen Bonuspunkt frei machen, das ist, glaube ich, nicht lohnenswert. Wir mussten nur zwei verschwenden, damit alles runterfällt. Und dann hätten wir immer noch die hier mischt. Ist nicht optimal gelaufen, diesmal. Definitiv nicht. So, die Bonuspunkten, die bisher im Spiel sind, sind richtig, richtig schlecht platziert für uns. Wir könnten, ich sehe es, wir nutzen hier nämlich eine Bonuspunkte, kriegen den runter, machen wir hier frei, finden wir ihn hier ordentlich. So. Haben wir da drüben auch frei gemacht, das Problem. Jetzt haben wir wieder dort eine Bonuspunkte. Und dort. Werden von dort keiner rüberkriegen. Hier oben können wir frei machen. Hinter dem hier ist alles frei. Damit wir jetzt hier diese Bonuspunkten runterwerfen. Damit sie jetzt hier irgendwo wieder runterfallen. Das wäre super. Da ist auch schon eines. Gut gelaufen für uns, würde ich sagen. Glück. Natürlich haben wir kein Glück. Wir hätten vielleicht das wegmachen sollen. Okay. Jetzt müssen wir wieder auf Bonuspunkte spielen. Da sind sie auch schon. Benutzen wir. Wo? Hier, hier. Ich meine, im Großen und Ganzen ist das egal. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder Bonuspunkte holen. Aber so scheint das Level zu gehen. Ne, es ist auf jeden Fall leichter geworden. Jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen Pech. Die Bonuspunkte sind mir diesmal dumm gefallen. Dann können wir hier unten nichts mehr wegmachen. Wir haben auch nichts mehr wirklich. Puh, ärgerlich. Na gut. Aha, so gut muss es sich also anfühlen, wenn man nicht perfekt ist. Das Gefühl ist mir zum Glück völlig fremd. Viel Glück beim nächsten Mal. Arschloch. Na gut. Ähm. Wir hätten aber auch kein Glück. So. Und da ist noch Bonuspunkte. Da wollte ich es gar nicht hin, aber ist egal. Hm. Das ist natürlich jetzt super doof gefallen. Super doof. Da wollte ich fast schlechter jetzt gar nicht fallen können. Ne, jetzt benutzen wir den Seinfunkte. Wenn ich dann durch die falle, kann ich mir richtig weiter versuchen. Der fällt runter. Okay, vielleicht kriegen wir hier noch die Bonuspunkte hinter. Ja. Kann ja schon sein. Dann sind wir noch rein. Das ist noch rein. Wunderbar. Dann sind wir hier. Das ist noch frei. Ah, diesmal sieht es viel besser sogar schon aus. Wir haben noch zwei Bonuspunkte. Könnten wir jetzt... Ich weiß nicht, ob es sich sowas immer lohnt. Dann ist es schlecht gefallen für uns. Ich kann hier unten nichts bewegen. Und... Wenn wir den wegmachen... Dann müssen wir jetzt hier noch den wegsetzen. Vielleicht kriegen wir den nämlich weiter runter. Und jetzt machen wir... Scheiße. Das... Das war doof. Das war ganz, ganz doof. Das könnte... ... das Ende bedeuten. Das war ganz doof. Noch schlecht. Ja, geil. Noch schlechter eigentlich, leider. Ja, wir müssen 10, 10 Bonuspunkten. Einfach kämpfen. Dass wir hier was runterkriegen. Einfach hoch. Ach. Ja, ich bin ja hier drüben. Ich bin ja hier drüben. So. Mal gehen. Mal gehen. Das ist nicht mal schlecht jetzt hier gefallen. Ach Gott. Sauber. Das ist sehr wichtig gewesen. Das krieg ich mal so frei. Okay. Oh, ne. Oh, nein. Ähm. Oh. Oh, jetzt wird die Zeit so knapp. Ich kotze ab. Oh, das ist das räudigste Level, was es gibt. Das kostet Bonuspunkte. Definitiv machen wir das. Ach so, und hier drunter war auch noch eins. Bei zwei Minuten. Dafür, dass wir hier unten so ein paar Bonus... Ach, sind wir Sonderpunkte für... ...und dass wir diese sinnlosen Bonuspunkte... Nein, das ist ja nicht mal eine Garantie, dass wir das dann trotzdem schatten. Ja, das ist nett vom Spiel, dass es sowas gibt. Ja, das kann man hier auch schon... ... die ersten gleich verwenden. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020